Brad Pitt spielt Rosenkavalier für Ines, Wesley reicht Scheidung ein. Vampire Diaries-Star Paul Wesley, 40, hat nach fast fünf Jahren eheoffiziell die Scheidung von Ehefrau Ines de Ramon. 32, eingereicht. Das berichtet Magazin Uswikli unter Berufung auf vorliegende Dokumente. Demnach reichte Wesley die Scheidungspapiere am Freitag, 17. Februar 2023, in Los Angeles ein. Laut Bericht werden getrenntes und gemeinsames Eigentum wie Vermögen später festgelegt. Wesley scheint als sein eigener Anwalt zu agieren, schreibt das Blatt. Die beiden gaben ihr Ehe aus im September 2022 bekannt. Die Entscheidung, sich zu trennen, beruhe auf Gegenseitigkeit und sei vor fünf Monaten erfolgt, wird ein Vertreter des Paares von dem Magazin zitiert. Sie bitten zu diesem Zeitpunkt um Privatsphäre. Seit ihrer Trennung haben sowohl Wesley als auch der Ramon offenbar neue Beziehung begonnen. Wesley ist seit November 2022 mit dem Model Nathalie Kuckenberg, 22, lieret. Der Ramon soll seit demselben Monat mit Hollywood-Schauspieler Brad Pitt, 59, zusammen sein. Offiziell gemacht haben die Schmuckmanagerin und der Bullittran-Star die Beziehung aber noch nicht. Am Valentinstag wurde Ines de Ramon in Los Angeles mit einem großen Strauß-Rosa-Pfingstrosen fotografiert. Die Aufnahmen liegen Daily Mail vor. Eine anonyme Quelle bestätigte dem US-Magazin People anschließend, dass es sich bei dem Rosenkavali um Pitt gehandelt haben soll. People zufolge feierten De Ramon und Pitt den 59. Geburtstag des Babylon-Darstellers am 18. Dezember gemeinsam in Hollywood. Der Oscar-Preisträger soll sie auch auf die After-Shop-Party nach der Premiere von Babylon in Los Angeles mitgenommen haben. Das berichtete ebenfalls das People-Magazin. Demnach sollen die beiden dort keinen Hehl aus ihrer Zuneigung gemacht und mehrfach die Arme umeinander gelegt haben. Erstmals wurden sie gemeinsam am 13. Oktober hinter der Bühne eines Konzerts des U2-Sängers Bono. 62, im Orpholm-Theatre in Los Angeles von einem Paparazzo abgelichtet. Brad Pitt wurden nach der Trennung von Angelina Jolie. 47, 2016 bereits mehrere Liebesgeschichten nachgesagt. Verwendete Quellen, US-Magazine.com, People.com, Daily Mail Cook.